Und direkt weiter, als ob nix gewesen wäre. Genau. Jetzt wollen wir uns doch mal die Eintrittskarte gewinnen. Du hast ja die Zahl gemerkt. Zwölf Ruhm. Ich würde fast sagen, der nimmt sich jetzt. Das Ding-Sie. Das Ding-Sie. Der Kassel hat wieder das Geld. Gut, der haut jetzt Ralf. Tschüss Ralf. Hallo. Wie geht's denn so? Ich würde gern wetten. Wetten kostet auch etwas. Kit. Ein Goldstück ist der Einsatz für ein Spiel. Oh gut. Hier. Na zum Glück hat man grad noch eins. Na gut, Kit. Auf welche Nummer setzt du? Zwölf Rot. Ich hätte gerne zwölf Rot. Ja, okay. Okay. Los geht's. Ja. Das ist dreht sich. Ja. Ja. Aha, du hast gewonnen, Kit. Welchen unserer tollen Preise willst du? 60 Goldstücke. Oder? Du kannst die Einladung zur Gouverneurin Marlys fantastischer Faschingsväter haben. Oder? Du kannst einen dreitägigen Urlaub auf Hook Island haben. Nun, was darf's sein? Einladung! Ja! Er will die Einladung. Okay. Herzlichen Glückwunsch! Danke! Okay, jetzt fehlt aber immer noch ein Kostüm. Willst du noch mal wetten? Man muss aber erst raten, wir müssen erst wissen gehen, was kommt. Ja, aber wollen wir noch mal wetten? Wir gehen erst mal hier rein. Oh Gott. Sieht aus wie ein Leuchtturm am Strand. Pssst! 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 Ey! Oh, guck mal, Lukas Arz. Ja. Die Bibliothekaren. Wir sind so viele Bücher. Da finden dich nie, was ich suche. Was suchst du denn? Das ist eine Bibliothek. Toll! Ich weiß doch selbst nicht, was ich suche. Dann frag sie mal, vielleicht hat sie eine Ahnung. Ruhe, bitte! Dann quatsch ich eben mit dir direkt. Hi, ich suche ein Buch. Pssst! Dies ist eine Bibliothek. Das wissen wir schon. Flästern! Also, worum geht's? Ich suche ein Buch. Haben Sie einen Büchereiausweis? Nein. Nun, hätten Sie gern einen. Ja, was muss ich tun? Ich bräuchte einige persönliche Angaben. Name? Kyle Busch-3-Boot. Adresse? 221 B. Baker Street. Alter! Äh, äh, hehehehe. Hm, 21. Beruf. Arbeitslos. Irgendwelche Laster. Raum- und Brandschatzen. Aha! Gut, Ihr Büchereiausweis wird an die Adresse geschickt, die Sie mir genannt haben. Verdammt! Bis dahin können Sie jedoch diesen Probeausweis benutzen. Sie können bis zu vier Büchern gleichzeitig ausleihen. Mit Titel könnte ich mir sowieso nicht merken. Welches Buch suchen Sie denn? Ich weiß es nicht, welcher haben Sie da? Hahaha! Soll ich alle Bücher hier aufzählen? Benutzen Sie den Karteikasten wie jeder andere auch? Was? Ah, mit Sherlock Holmes jetzt, äh, oh. Big Whoop, B. Äh. Ja, oben. Okay, Animatorik. Was suchen wir überhaupt? Weiß ich nicht. Wolltest du nicht nach Big Whoop gucken? B... Big Whoop! Boah! Ja. Äh... Ja, merk's dir. Aber mehr fehlt mir jetzt noch nicht ein, was wir suchen könnten. Ja, mehr sonst. Entschuldigen Sie mich. Was wollen Sie denn diesmal? Ich suche ein Buch. Welches Buch suchen Sie denn? Haben Sie Big Woblicken oder Realität? Ja! Die Fresse von dir, ja. Sie hat ein Buch in der Hand. Dieses Buch haben Sie schon geliehen, Mr. Freepwood. Sonst noch was? Ach, das ist das, was wir von der... Vielleicht müssen wir... Vielleicht müssen wir irgendein bestimmtes Buch als Ausgleich haben, damit wir das wieder von dem Bauch des Dicken runternehmen können. Tja, wir könnten natürlich einfach irgendein Buch ausleihen. Irgendwas Beklopptes. Gehen wir erstmal da hinten hin. Ja. Oh, stopp. Ja, schau dir nicht an, du sollst mit dem reden. Macht er nicht. Boah, bist du hässlich. Schon was gefangen? Machst du Witze? Ich hab schon mehr gefangen als erlaubt. Wie viel ist denn erlaubt? Ich bin Galbra Threepwood, ein mächtiger Angler. Oh, wirklich? Nicht wahr? Nebenbei habe ich Lechak fertig gemacht. Ja, ja, natürlich. Wenn du so schlecht angelst, wie du lügst, sollte ich gar nicht mit dir reden. Ich bin der beste Angler in der Gegend, musst du wissen. Hm. Bist du nicht. Was soll das jetzt wieder heißen? Die Vorellen, die ich frage, kann man noch nicht mal mit zwei Fässern Krogblau kriegen. Deswegen nennt man mich auch den Karpfenkeller. Wie. Du meinst wohl Karpfenkellner. Punkt, Punkt. Hör zu, Köter im Hirn, ich bin der Beste und dabei bleibt's. Köter im Hirn. Aha. Nicht, wenn deine Leine so schwach ist, wie deine Sprüche ist. Wett? Achso, die Leine ist nicht so. Vielleicht möchte der Herr eine kleine Wette eingehen. Eigentlich bin ich kein Spieler. Schade. Das wäre sicher interessant geworden. Ich seh dich später. Hihi. Okay, ihr müsst offenbar noch was erledigen. Schubst ihn ins Wasser. Ja, genau. Scheiß egal, hauptsache er ist nass. Ja. Oh yeah. Hm. Wir bräuchten aber im Zweifel immer noch ein Kostüm. Ja. Mal, wir leiden mal irgendein Buch einfach raus. Dann können wir das tauschen und dann... Tja, dann... Ja, und dann... Dann brauchen wir ein Kostüm. Oder... Ja, was anderes bleibt uns eigentlich gar nicht übrig. E wie Essen. Ihr... Erste Hilfe... Wo ist Essen? L, M, N, O, P, Q, R, S. Eiscreme. Eiscrock. Eiscrock. Fahrgemeinschaft. Erbrecht. Ach, guck mal, recht. Enten. Erste Hilfe. Erste... Was? Nochmal Erste Hilfe? Februar. Hm. Ach, Gott, ich weiß es nicht. Äh, okay, tschüss. Musik. Musik.